Ich habe ja noch einige Coins, die bei eToro liegen, als ich damals dort gekauft habe. Was mich ziemlich nervt, ich glaube, ich habe über 1000 Euro an Gebühren gezahlt, alleine weil ich meine XRPs von eToro auf mein Ledger Team gezogen habe. Die haben so widerliche Gebühren, das ist so ekelhaft. Das, was die mit Songbird gemacht haben, das, was die mit Flair gemacht haben, hat mich auch so richtig aufgeregt. Aber wie gesagt, ist lange her, schon ewig habe ich da nichts gekauft. Aber da liegen meine Coins halt immer noch rum und ich werde die jetzt erstmal auch nicht verkaufen. Ich warte, bis der Buran Top erreicht ist. Wenn wir gute Preise haben, dann verkaufe ich sie da und werde dann nie wieder in meinem ganzen Leben einkaufen. Dein Ziel ist, aus 35.000 250.000 zu machen. Das ist aber ein bisschen mickrig. Kommt aber darauf an, wann du rein investiert hast. Gut, das ist immer sehr, sehr wichtig. Wenn du weit oben eingekauft hast, ist das eher unrealistisch. Dann sind die 250k realistischer. 20% BDC, Quant 20%, XRP 10%, Linke 10%, Algo 10%, Niel 10%, Wett, auch 10%, ADA 5. Wieso denn ADA 5? Wieso haben so viele Vertrauen an ADA verloren? Der wird noch gigantisch werden, meines Erachtens. Aber gucken wir mal, Gala auf 5%, hätte noch mehr sein können. Ist ein gut gestacktes Portfolio eigentlich. Klein gehalten auf jeden Fall, nicht viele Coins. Hast du wahrscheinlich bewusst so gemacht. Ich kann dir das nicht sagen, ob du 250k damit erreichen kannst, weil ich deine jeweils einzelnen Einkaufsbereiche nicht kenne. Nachher hast du jetzt, was weiß ich, irgendwo ziemlich hoch eingekauft und dann gehe ich davon aus, oh, der hat da gekauft, wo ich gekauft habe. Dann ist das auf jeden Fall möglich. Aber du hast dir ganz woanders eingekauft als ich. Kann ich dir nicht sagen, mein Lieber. Aber das sieht schon ziemlich realistisch aus. Eine Verzehnfachung davon wären ja allein 350.000. Du bist ja hier weit unter einer Verzehnfachung. Und im Kryptomarkt ist eine Verzehnfachung wirklich in einem Bullrun lächerlich eigentlich. Sollte eigentlich möglich sein. Sieht realistisch aus, mein Lieber. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei. Bis zum nächsten Mal. Dünnraphen